Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute bauen wir uns ein kleines Hut. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Hut ist, das ist so ein kleines Overlay, das ihr immer habt, wenn ihr zockt, zum Beispiel eure Lebensanzeige, eure, keine Ahnung, sogar das Menü ist normalerweise ein Hut. Und deswegen sind Huts unglaublich mächtig und extrem wichtig. Und was wir eben jetzt bauen wollen, ist so ein kleines Hut, das uns eben unsere Lebensanzeige anzeigt. Denn wir haben letztes Mal uns folgendes zusammengebastelt. Achtet mal oben links auf die Anzeige. Gut, okay, Lighting needs to be rebuilt, das meine ich aber nicht. Hier, 90 Leben, 80 Leben und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben so ein kleines Schadensmodell gehabt. Wir sind jetzt hier, wir haben uns vorgestellt, das Ding ist Lava, da könnt ihr natürlich flexibel sein und machen, was ihr wollt. Und ja, da kann man dann eben Leben verlieren, wenn man da durchläuft. So, und jetzt wollen wir natürlich, also wir haben unseren Charakter Leben gegeben und jetzt wollen wir natürlich auch, dass das ganze Ding angezeigt wird. Deswegen gehen wir hier mal zurück in unseren Ordner My Stuff. Das ist diese Damage Box, die wir hier schon benutzt haben. Und jetzt wollen wir hier eine neue Blueprint Class benutzen, beziehungsweise wir gehen hier runter in User Interface und dann unter Widget Blueprint. Ein Widget Blueprint ist eben genau das, er zeigt euch irgendwelche Sachen an, zum Beispiel eben ein Menü oder eben auch eine Lebensanzeige. Und wir sagen jetzt einfach mal, ähm, Health Bar, das wird unser, ähm, ja, unser Hut eben für die Lebensanzeige. Ihr könnt für alles nochmal ein extra Hut bauen und jedes Hut dann separat hinzufügen, zum Beispiel euer Menü. Und während das Menü aktiv ist, könnt ihr dann, äh, Charakter Inputs disablen und so Zeugs, also deaktivieren. Das heißt, man kann nicht mehr laufen. Solche Sachen kann man machen. Okay, wir öffnen jetzt mal dieses Hut und, oder dieses Widget Ding und ihr seht, es ist schon wieder was Neues. Eine komplett andere Anzeige. Warum ist es jetzt anders? Naja, Hut sind zweidimensional. Das heißt, ihr braucht keine dreidimensionalen Viewports, sondern ihr habt nur einen zweidimensionalen Viewport und das ist eben dieser hier. So, ähm, kommen sehen wir hier sind, also das sind so ein paar Standard-Elemente, die wir hier so benutzen können. Klar, Buttons fürs Menü ist es enorm wichtig. Wenn man da draufklickt, dann kann man irgendwas machen. Werden wir uns aber gleich noch angucken. Den brauchen wir jetzt aber hier tatsächlich nicht. Wir brauchen, ähm, eigentlich nicht mal irgendwas Besonderes. Wir brauchen nur eine Progress Bar. So, ich schiebe die mal ganz nach unten in die Ecke. Und, ähm, ja, jetzt müssen wir erstmal hier feststellen, wohin gehört denn dieses Ding. Und das ist hier oben damit gemeint. Wir ziehen das einfach mal nach ganz unten. Das ist sozusagen unser Root-Element. Also da sagen wir, ist 0. Das heißt, wir fangen von 0 an zu zählen bis hin zu 100 nach oben. Ähm, und da können wir jetzt hier eben sagen, okay, Position X ist bei 0 und Position Y ist auch bei 0. Das heißt, okay, wir sind sogar oben drüber. Das ist natürlich jetzt nicht so sinnvoll. Ups, ähm, wo ist es denn? Das sollte nicht weg. Na, komm schon, geh nach oben. Ähm, das heißt, ja gut, sei es Y ist hier bei 40. Das heißt, wir müssen hier zu 40 gehen. Minus 40, weil wir nach oben zählen. So, ähm, und jetzt haben wir es quasi genau in der Ecke. Okay, ähm, das ist jetzt mein, mein sehr simples Hut. Ich ziehe das mal hier noch ein bisschen in die Länge, damit ich ein bisschen eine längere Lebensanzeige habe und ein bisschen eine höhere Lebensanzeige habe. So sieht es doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Und wir wissen aus jahrelanger Erfahrung, eine Lebensanzeige ist nicht blau. Das ist Mana. Wir wollen aber eine Lebensanzeige machen. Und deswegen sagen wir hier so ein richtig schön sattes, nein, eigentlich, hm, hm. Ja, so. Nein, das ist eigentlich eher ein rosa. Ich will eigentlich schon eher ein... So, das sieht doch nach Leben aus, so ein bisschen zumindest. Okay, warum ist das Ding jetzt hier immer noch grau? Naja, weil unsere Percentage, also unsere prozentuale Anzeige bei 0,0 ist. Sprich, so sieht es aus, wenn wir tot sind. Wenn es voll ist, dann sieht das Ganze so aus. Prozente gehen immer von 0 bis 100 für die Leute, die es nicht wissen. Aber wir lassen es jetzt einfach mal hier auf 0. Und jetzt haben wir hier, ähm, diesen komischen Button Bind. Und dieser Button ist sozusagen dieses mächtige Etwas, ähm, das irgendwas für... Für euer Hut tut. So funktionieren übrigens auch Buttons. Das heißt, wenn ihr irgendwie einen Button reinzieht. Und ich kann es euch gerade mal ganz kurz zeigen. Der Button hat dann hier eben auch Möglichkeiten, ähm, Sachen zu tun. Und irgendwelche Funktionen aufzurufen. Gut, okay, der hat hier auch Events, die man benutzen kann. Aber die normalen Widget Elemente, die werdet ihr irgendwie über Binds aktualisieren. Das heißt, ihr werdet nicht sagen, jedes Mal, wenn der Charakter Leben verliert oder jeden Tick sogar noch. So, hey, wie sieht es denn aus? Wie viel Leben habe ich denn gerade noch? So und so viel Leben habe ich noch? Nein, ähm, ihr lasst dieses Widget hier tatsächlich über dieses Binding entscheiden. Ich habe jetzt hier so und so viel Leben. Und dieses Leben wird dann jedes Mal gesetzt. Okay, also Get Percent. Ähm, das wollen wir umbenennen. Äh, ja, das war nicht beabsichtigt. Wir gehen wieder zurück in Designer. Und machen das Ganze hier nochmal. Create Binding. So, habe ich das jetzt richtig gemacht? Ja, okay. Also wir haben Percent gebeindet. Ähm, ich wollte natürlich nicht die Funktion löschen. Ich wollte sie umbenennen. Aber manchmal ist mein Gehirn irgendwie gerade AFK. Gut, ähm, wie nennen wir das ganze Ding denn jetzt? Update oder, ne, Get Percent. Get Percentage Health. Okay, so, äh, Achtung. Wir brauchen eine prozentuale Lebensanzeige. Das heißt, unsere Werte gehen von 0 bis 100. Auch wenn wir 2000 Leben haben, können wir hier nur Werte, oder eben, um genau zu sein, Float-Werte von 0 bis 1 reinstecken. Auch wenn wir 50.000 Leben haben oder 223. Ähm, das heißt, wir müssen hier ein bisschen rechnen. So, was wir jetzt machen wollen, ist, wir ziehen uns aus unserem Spieler. Und jetzt kommt die zweite Variante, wie ihr euren Spieler holen könnt. Get Player, ähm, Character oder Get Player Pawn. Beides in etwa dasselbe. Ähm, wir können hier jetzt einfach mal den Get Player Character nehmen. Und jetzt casten wir den. Cast To. So, und, ähm, wir haben hier jetzt die Möglichkeit, ihn zu jedem Character Blueprint zu casten. Also jeder Unterklasse von Player Character. Und unsere ist jetzt Character Blueprint. Wir wissen, dass unser Character ein Character Blueprint ist. Aber das ganze Ding kann auch fail schlagen. Also wenn es kein Character Blueprint ist, also Char Blueprint, das, was wir erstellt haben. Sondern wenn wir zum Beispiel aus Versehen irgendwas anderes haben, dann feuert diese Cast Failed Note. Und das hier feuert nicht. Das heißt, wenn es irgendwann mal nicht funktioniert, überlegt, ob ihr hier vielleicht, ähm, einen kaputten Cast drin habt. Und falls ja, dann, ähm, versucht das Ganze zu reparieren. So, okay, Player Index ist der Nullte. Der Nullte Spieler, das ist immer der Erste. Sprich, wir haben aktuell nur einen Single Player. Also sagen wir hier, okay, ähm, ja, wir wollen das Ganze Ding jetzt benutzen. So, jetzt wollen wir natürlich hier den Return Note setzen. Also wie viel prozentual Leben haben wir denn? Also sagen wir hier, ähm, wir brauchen erstmal getHealth und wir brauchen getMaxHealth. So, das sind meine beiden Variablen, die wir hier das letzte Mal schon erstellt haben. Achtung, das ist schon ein bisschen her. Ich minimiere das Ganze mal. Ähm, wir haben auf unserem Character Animation, Character Blueprint, haben wir gesagt, okay, wir haben hier zwei Variablen. Einmal health und einmal maxHealth. Und diese beiden Werte setzen wir in der getDamage-Funktion. Zum Beispiel hier haben wir die Möglichkeit, Schaden zu empfangen. Das ist das, was die, äh, was diese kleine Box da hinten tut. Und, ähm, ja, jetzt haben wir hier das Ganze aber als ganz normale Variablen gesetzt. Und wir können darauf zugreifen, das sind eben diese beiden Variablen hier. Variable Name sehen wir hier ist maxHealth. Aber das schreibt ich mir so auseinander, weil es das Ganze so für mich lesbarer macht. So, jetzt haben wir hier aber zwei Integer-Werte, also zwei ganzzahlige Werte, beide aktuell 100, wenn wir das Spiel starten. Der eine geht immer mal wieder runter. Aber wie gesagt, das ist völlig irrelevant, wie groß diese beiden Werte sind. Ähm, das können auch 30.000 und 85.000 sein. Also, es geht alles. Und, ähm, jetzt sagen wir hier, okay, wir wollen das Ganze als, äh, als Float-Wert haben. Das heißt, wir sagen, wir teilen die Lebensanzeige, ähm, geteilt durch, so, Vektor, äh, Integer durch Integer. Achtung, das liefert mir auch wieder ein Integer, aber ich kann das Ganze umkonvertieren in ein Float. Ähm, genau. Und jetzt packe ich das einfach hier rein. So, fertig. Und, eigentlich will ich hier kein Integer haben, eigentlich will ich direkt ein Float haben. Denn ansonsten kann es mal zu Schwierigkeiten kommen. Das heißt, was ich jetzt mache, also, sagen wir mal so, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal, 20 Leben habe und mein Max-Leben ist 100, dann teile ich 20 durch 100. Sprich, ich habe 0,2. Was aber intern passiert ist, ich teile 20 durch 100, es ist 0 mit Rest 20. Und, wenn ich, ähm, dann das Ganze in ein Float konvertiere, habe ich das Problem, okay, Rest ist einfach abgeschnitten. Das heißt, ich habe hier nur noch eine 0 stehen und dann kommt hier irgendwie immer 0 raus. Was ich natürlich nicht möchte, ich möchte hier tatsächlich einen Float-Wert haben. Ja, deswegen, ähm, konvertiere ich das Ganze direkt mal in einen Float-Wert hier. Und das hier konvertiere ich auch in einen Float-Wert, damit ich wirklich mit Gleitkommazahlen rechnen kann, auch wenn das Leben an sich eine ganzzahlige Angelegenheit hier ist. Und jetzt kann ich hier sagen, ich teile das und bekomme auch wirklich, ähm, Kommazahlen hier durch. Das heißt, ich habe jetzt hier Health als Gleitkommazahl geteilt durch Health als Gleitkommazahl. Und bekomme jetzt dann natürlich auch eine Gleitkommazahl bei raus. So, und, äh, jetzt habe ich im Prinzip hier schon alles gemacht, was ich brauche. Jetzt muss ich das Ganze nur noch einfügen in meinen Character-Blueprint. Achtung, das ist jetzt wieder der Character-Blueprint. Wir sehen es hier, das ist der Charakter, der atmet gerade. Ähm, das hier ist die Lebensanzeige, die sehen wir, nein, die sehen wir über den Designer. Also hier, ähm, damit wir nicht durcheinander kommen. Achtung, ich gehe jetzt auf den Character-Blueprint wieder und jetzt hier auf den Event-Graph. So, und, ähm, jetzt brauche ich hier ein neues Event und zwar dieses Event Begin Play. Hier setze ich sozusagen mein HUD. Das heißt, ich sage, das ist mein HUD, das möchte ich jetzt die ganze Zeit benutzen. Und, ähm, das kann ich ganz einfach sagen, indem ich hier, ähm, hingehe und, ach, ja genau. Als erstes sagen wir mal, mein Leben ist gleich mein Max-Leben. Also ganz am Anfang, wenn ich spawne. Ähm, das heißt, ich ziehe mir hier erstmal mein Health. Ups, mein Health. Jetzt, ähm, wenn ich tippen könnte, wäre es vielleicht einfacher. So, und Max-Health, das können wir dann zum Beispiel auch noch, ähm, setzbar machen für außerhalb. Also wir können es hier zum Beispiel editable machen. Das wäre eine Möglichkeit, ähm, so dass wir hier im Construction Script das Ganze schon machen können. Wir sagen hier aber jetzt, es ist scheißegal, ob wir das jetzt editable machen oder nicht. Für unsere Fälle, wie gesagt, wir hatten editable schon. Ihr könnt das ganz gerne machen. Aber die Lebensanzeige selber, also Health, solltet ihr nicht editable machen. Sonst kann jeder sagen, okay, am Anfang, okay, manchmal macht es Sinn. Am Anfang habe ich 10 Leben oder sowas von 2000. Das geht, das kann man machen. Das passiert dann aber auch, wenn ihr health editable macht. Deswegen würde ich sagen, ähm, macht Max-Health editable. Und das kann man dann editieren, wenn man den Charakter benutzt. Aber, ja, ich würde auch hier einen Standardwert von irgendwas eben zuweisen. Gut, ähm, ja, wir setzen also erstmal das Leben. Und jetzt müssen wir das HUD setzen. Das heißt, wir sagen hier in unserem Set, wir wollen ein neues Widget kreieren. Also, createWidget, createWidget. So, User Interface, ihr habt es gerade gesehen. Das hat hier oben so ein extra Icon. Okay, und jetzt der Owning Player. Was ist wohl der Owning Player von unserem Widget? Also, wer sieht das HUD im Endeffekt? Naja, das ist logischerweise der, der gerade diesen Spieler hier kontrolliert. Okay, also sagen wir wieder mal, wir wollen getPlayerController. Ähm, getPlayerController. So, das ist der Owning Player. PlayerIndex wieder mal hier 0, weil wir ja nur einen Spieler haben. Und wir wollen das für den 0. Spieler setzen. Wie gesagt, mit mehreren Spielern wird es dann etwas komplizierter. Da müsst ihr dann jeweils sagen, okay, ich habe eine Variable hier. Und diese Variable sagt, welcher Index von Spieler ich jetzt gerade bin. Beziehungsweise, die Variable kriegt ihr sogar von Unreal gesetzt. So, jetzt müssen wir hier sagen, welche Widget-Klasse wir denn eigentlich als HUD benutzen wollen. Und das wäre für uns natürlich die HealthBar. Und wenn wir hier fertig sind, ähm, dann bekommen wir hier eine Widget-Klasse. Beziehungsweise eine HealthBar-Widget-Klasse. Und die gehört jetzt unserem Player 0. So, jetzt ist aber immer noch nichts passiert. Jetzt sieht er die noch nicht. Jetzt müssen wir die irgendwie an seinen Viewport kleben. Und dazu gibt es eine wunderbare, ups, nicht da. Ähm, dazu gibt es eine wunderbare Methode. Die nennt sich Add to Viewport. Ganz easy. So, Target ist nicht Self, sondern der hier. Aber man kann natürlich auch Self eigentlich benutzen. Das würde wahrscheinlich auch funktionieren. So, und schon funktioniert das Ganze. Jetzt, ähm, noch ein paar kleine Tweaks. Wir wollen auch machen, dass dieses Interface oder dieser Viewport wieder verschwindet. Ich schiebe das mal nach, nach hier unten. Und gebe dem Ganzen mal einen Namen. Ähm, hat. So. Wir wollen, dass das ganze Ding auch wieder verschwinden oder, ja, weggemacht werden kann, sozusagen. Und dazu gibt es auch was Wunderbares. Und zwar kann man hier, äh, nicht der Event, sorry. Ähm, Return Value wollen wir hier. Und zwar Remove from Parent. Das heißt, ich entferne das Ganze wieder. Und das wollen wir natürlich nicht bei Begin Play machen, sondern das wollen wir zum Beispiel machen, wenn ich, was möchte ich denn drücken? H für hat. Zum Beispiel. Das heißt, wenn ich H drücke, dann verschwindet das Ganze wieder. Und, ähm, ihr könnt jetzt hier in eurer Character Blueprint Klasse noch ein Boolean Value machen und den jedes Mal hin und her bouncen lassen, ob das hat da ist oder nicht. Ähm, wenn das hat da ist und man drückt H, dann entfernen. Wenn das hat weg ist und man drückt H, dann setzen. Das ist auch wieder mal eine super Übung, finde ich. Ähm, ich wurde gefragt, ob ich ein paar mehr Übungen machen kann. Und ich versuche das immer mal wieder einzubauen. Jetzt ist gerade mal einer dieser Momente, wo mir einfällt, hey, ich könnte ja hier euch zeigen, ähm, beziehungsweise euch sagen, so kann man das machen und ihr könnt es dann nachbauen. Hier übrigens die Möglichkeit, ihr könnt Steuerung, Alt oder Shift gedrückt halten oder Command. Ähm, und erst dann wird das Ganze getriggert. Aber wir wollen es jetzt einfach nur bei H machen und dann verschwindet unser Viewport wieder. Achtung, wir haben aktuell keine Möglichkeit, den Viewport wieder zu holen, wenn er verschwunden ist. Ähm, was ihr dann, wie gesagt, als Übung machen könnt. So, und das ist es tatsächlich auch schon. Also, das heißt, wir haben jetzt hier ein Hut und dieses, dieses Ding ist eine Lebensanzeige. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Hier unten dieses rote Dingens, das ist unser Hut. Okay, wir hätten es vielleicht etwas weiter nach oben ziehen können. Aber jetzt laufe ich mal durch diese Damagebox. Bam, ihr seht, ich habe 10 Schaden bekommen. 10 Schaden bei 100 Leben ist schon echt einiges, nämlich ein Zehntel. Bam, nochmal 10 Schaden, nochmal 10 Schaden. Und nochmal 10 Schaden und nochmal 10 Schaden und so weiter und so fort. Und jetzt möchte ich euch mal ganz kurz zeigen, was passiert, wenn wir hier minus 10 Leben haben. Man sieht einfach tatsächlich gar nichts, was eigentlich auch recht cool ist. Also, wir sind schon auf 0 Leben, aber es ist einfach nur die Anzeige von eurem Leben. Ähm, ihr könnt die ganz gerne noch ein bisschen aufhübschen. Das war jetzt, wie gesagt, nur der allererste Entwurf. Ich finde sie viel zu dick und sie klebt viel zu sehr unten am Rand. Deswegen, ähm, gebt euch da Mühe, macht was Schönes draus und das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!